moin moin und willkommen zurück zu lost in random wir befinden uns jetzt nicht mehr beim grafen sondern sind hingekommen zum herzog und er lebt ein bisschen dekadent wie man sehen kann jeden tag nur kuchen 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 ich muss dazu aber sagen dass wir dass wir in den letzten beiden folgen irgendwie gar nicht so viel action hatten ich hoffe mal die klappern nicht so viel das geht heute mal ein bisschen mehr anstatten kann auch mal was machen ist der graf dran ok gut mal gucken was der herzog von uns will ok wenn trotzdem herzog plappern einmal vor gucken was er uns zu erzählen hat und los geht's ha ich bin eben das grüßen lernen wie kann ich das grüßen da kannst du mir das erzählen ja ok ok wir müssen also ein bisschen die die sprache lernt und allen ein bisschen reden glaube ich machen wir mal äh 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 okay Danke, meine hochgeschätzt Dame. Du bist sehr willkommen, kleine Frau. Ich möchte eine Audienz beim Herzog. Oh nein, Kind, das ist nicht so, wie du dich in die Gespräche entdecken möchtest. Du musst immer kurz kurz sehen. Oh nein, ich weiß nicht, du möchtest nur eine kleine Bobbe am Ende, Kind. Es ist immer so unbeziehbar, wenn eine Frau zu weit runtergeht und dann sie sich um die Hände, wie ein... ein Trinkenbeirr. Hier, so geht das. Oh, wundervoll, wundervoll, ja, perfekt wundervoll. Jetzt, was wolltest du darüber reden? Hahaha, ich bin froh, dass ich das nicht wissen würde. Gut, guter Glück. Da oben ist jemand, der auf jeden Fall einen Auftrag gibt. Sehe ich gerade. Willst du den sehen da oben? Da oben steht er. So ist er. Mal reden mit ihm. Glaubst du, dass dieses Ablenkungsmanöver funktioniert? Ablenkungsmanöver? Diese gespielte Opulenz, die nur von dem Horror des endlosen Krieges ablenken soll. Aber ich habe nichts vergessen. Ich glaube nicht, dass ich jemals vergessen kann. Und so feiern wir jeden Tag Essen wie die Vielfrasse und tun so, als wäre alles in Ordnung. Sie wäre die Welt nicht besser gewesen, bevor unser Herr ermordet wurde. Wenn die Königin wirklich so allmächtig ist, warum tut sie dann nichts? Warum lässt sie zu, dass der Krieg andauert? Aber ich rede zu viel. Vergib mir, Schätzchen. Erzähl das nicht deinen kleinen Freunden in Ordnung? Natürlich nicht. So, mein liebes Mädchen. Okay. So, pass mal auf. Wir können auf jeden Fall jetzt mit dem Herzog reden, denn wir wissen jetzt, wie wir mit einem Herzog zu reden haben. Hoffe ich zumindest. Hallöschön. Los geht's. Du, du kannst mich überprüfen. Ich verneige mich. Ja. Ich bitte um Vergebung. So. Eure Kalte missiert rechtmäßiger Heer von Dreiheit. Oh. Ich bin Iven, und du? Ich bin Iven aus Einsfällen, Spielerin des Würfels und Prinzessin. Erlauben wir mir, mich mit äußerst Demot und Vorstand aus der Kurzstelle. Ich bin Iven. Well, well, now. Finally some respect around here. Well metten, Lady Iven. What brings you to the company of the Duke? The one and only rightful ruler of freedom today. Wie läuft der Krieg? Wie ist einfach... Hast du Schmur? Achso. Fangen wir erstmal über Nischkabas. Unsere alte Körperkarte? Oh, heavens. Was ist da noch zu sagen? Sie hat uns geholfen, bis... Sie hat nicht... Und mein lieber Vater hat den Preis. Ich habe nicht von ihren Sünden gehört. Sie ist tot und weg, ich glaube. Sie lebt. Besuchst du sie mit mir? Oh, gut für sie. Ich sollte ihr ein Kacke senden. Nur, wir haben nicht eine, die zu verraten. Du wirst es verstehen. Nein. Ich konnte nicht das Kastel das Kastel verlassen. Die Horrors der Krieg warten außerhalb, Junge. Und ich kann nicht meine Menschen daran erinnern. Hast du vielleicht etwas, das ich ihr zeigen könnte, damit es sich erinnert? Nein, nein. Aus der Frage. Ich habe nur deine Worte, dass sie sogar noch leid ist. Und wir haben uns einfach verabredet. Dann wieder. Oh. Ich habe in meinem infiniten Wissens und Appetiten entschieden, euch ein favorit zu machen. Ich werde euch etwas von extremen Wert geben, wenn du in turnen möchtest. Mach mir ein favorit. Na klar. Was denn? Es ist ein Porträt von mir hier. Zuerst du hast meine Schönheit, meine Schönheit, mein regalem Beinahe. Ich bin da mit meinem Vater, seinem favoritem Kind. Aber eine Teil des Schildes ist missing. Als wir unsere Lande verbringten, nachdem mein Vater stirbt, hat der Kanz kontrolliert über die alten Royal Nostalgia. Ich bin sicher, die zweite Kanzlei ist da. Und es zeigt, dass ich mein Vater favorit war. Rettet ihr mit mir, und du solltest du dir befreitest. Okay. Lieb so wirklich so? Was andere Weg ist da, um zu leben? Was? Als Kommander? Wir haben bereits viele von ihnen, ich bin sicher. Aber es ist nur eine, ich. wie ist dein Vater gestorben? Was ist passiert mit der Waffe? Hast du Schmuh, das Blühstück des Grafen? Schmuh? Der Kanz? Dreadful, plush-Thing? Heavens, ich kann schmerzlich erinnern, was wir mit ihm getan haben. Die Baroness hat ihn in unser Territory ein paar Möwen zurückgebracht. Heaven weiß, warum. Der Graf sagt, dass sie ihn gestohlen hat. Ich glaube, er würde sagen, dass er das sagen würde. Ich glaube, sie hat das gemacht. Meine Soldaten haben ihn während eines unserer Trainingsmarschers gefunden. Ich dachte, es würde ihn destabilisieren. Vielleicht führt uns zu victory. Aber nein. Es hat ihn nur gemacht. Schmuh. Wir können ihn manchmal hören, du weißt, sogar über die Schmühle Musik. Oh, ich erinnere mich jetzt. Als ich herauskirte, dass es nicht sinnvoll war, ich hatte Schmuh in der Kanzel des alten Kastel. Dann werde ich ihn suchen. Okay. Was gibt's zu mir, wenn ich Schnur aus deinem Königreich entferne? Nichts. Er ist schmutzig, Kind. Du willst deine Hände mit ihm? Das ist dein Geschäft. Ich würde die Hände mit nichts schwerer als Cheese verrosten. Okay. Okay. Ich muss los, Herr Zug. Okay. Hier ist schon mal Schlüssel. Das war die Schlüssel für den Keller. Oder um woanders reinzukommen. Das müssen wir mal rausfinden. Wir haben ja schon ein Schloss gefunden, wo wir nicht rein konnten. Vielleicht ist es ja das. Mal gucken. So, wir gehen jetzt mal hier weiter. Mal gucken, gucken. Gebiet der Baroness, Hügel der wilden Karten. Wir gehen jetzt mal hier längs. Du hast keine Ahnung, wie viele Regeln der Herzung aufgestellt hat, wenn man das Schlachtfeld überqueren will. Aber du hast Glück. Kann ich überall hinbringen, wo rausgeht. Du warst schon einmal dort. Okay, zu den Schwertbrücken, bitte. Wollen wir nicht so weit laufen? Wir gucken direkt hier. Hier war doch irgendwo auch eine Tür, die zu war, ne? Die Frage, wo das war. Ich weiß es nicht mehr. Warte mal, wir können auch mit ihr hier reden. Sie wollte auch ein paar Sachen erfahren. Vielleicht gibt es uns ja schon was, wenn wir schon ein paar Sachen hier erzählen können. Ich habe den Grafen getroffen. Du hast? Describe ihn mir. Er widdert an jeder Ecke einen Attentäter. Das ist nur logisch. Danke. Je mehr ich ihn weiß, je mehr ich kann einen prädiktiven Modell von seinem Behaviour. Du hast? Er ist zugleich der faulste und mächtigste Person, die ich hier getroffen habe. Er möchte jeden Aspekt des Lebens und vor allem zu genießen. Das kann man hier wohl kaum verüben. Er ist sanft und verhätschert. Ich bin überrascht, dass er so lange durchhält, aber er weckt Loyalitäten. Ne, ich würde das machen. Unglaublich. Gehört. All diese Information hilft, meine Strategien zu werden sogar mehr unstoppender. Ich werde meine Suche fortsetzen. Terrifisch. So, jetzt mal kurz gucken. er, bei ihm war das nicht. Das muss ja hier längst gewesen sein. Oder da runter. Ich weiß, wir gehen jetzt mal kurz hier längs. Gucken, ob das da war. Ich weiß es nicht mehr. Hier war ja der Graf, ne? Na, komm her. Also, wir nehmen jetzt mal hier Zeitfalle, beschwören, wo die Gegner verlangsamt. Beschwöre den rachzüchigen Geist von Vierstadt. Er bewegt sich langsam und fügt eigentlich in Schaden zu, die ihm im Weg sind. Das nehmen wir auch mal mit. Da waren wir aber hier. Es gab doch irgendwo diese Tür. Ich habe ihn noch gesehen. Ich glaube, es ist doch verkehrt hier. Ja, hier ist verkehrt. Aber umgegelt sehe ich gerade. Na, holen wir uns das doch schnell. Okay, hier war es nicht. Hier kommt nur zurück. Wir müssen aber zurücklaufen. Ich glaube, das war da hinten längs. Wir laufen aber zurück. Ich glaube es. Ich weiß es nicht genau. Aber ich meine, da hinten war doch irgendwo die Tür, die man mit dem aufschließen konnte mit diesem Kackschlüssel. Vielleicht mit dem Kackschlüssel. Ich weiß es nicht genau. So. Hier ist aber hier unten, oder? Was der richtige Weg ist, weil es jetzt auch gerade nicht. Halt. Hier waren wir noch gar nicht, glaube ich. Da ist doch schon mal gut, dass wir in diesem Blick trotzdem nochmal gehen. Wenn wir hier schon nicht waren. So, hier ist noch jemand, der uns mit uns reden kann. Whatever goes the way you expect. Hey, kid. Willst du eine Geschichte? Klar. Ja. Ich habe meine Schwester wegen eines Wirbelwurfs verloren. Ich suche sie. Okay, dann suchen wir für ihn noch den Henry. Du machst Geschäfte in den Schützengräben? Ich weiß nicht, ob ich mich damit handelte. Tut mir leid, ich handel nur mit meinem besten Freund. Ich kann dir so viel erzählen, Junge. Du wirst meinen Geist ändern. Jeder kommt mit mir, das ist die Schönheit der Krieg, Junge. Jeder braucht etwas, und ich habe etwas für alle. Du bist ein Monster. Nur wenn es zu Verhandlungen kommt, Junge. Schau sie aus! Hm, kommen wir an die Decks. So, jetzt müssen wir noch mal irgendwas haben. Hier, Abwehr oder Risiko? Hm, ne Abwehr. Ah, okay. Guck, wo wir hinkommen. Gebiete Baroness. Okay. Hier waren wir schon. Ich glaube, wir sollten mal zu Baroness. Warte, warte, wir müssen ja diese blöde Tür noch hin. Schon mit dem Herzog, ne? Henry, da ist er noch. Sag es nicht weiter, aber ich bin ein Einseren. Oh, ich bin sicherlich nicht. Alles, um das Tidium der Krieg in diesen endlichen Parteien zu verbrechen. Warum, du bist vielleicht unsere einzige Hoffnung, Lieber. Mein Bruder Arthur. Du erinnerst mich an ihn. Er war ein Soldat. Und ich sehe die gleiche Determination in deinen Augen, Kind. Ich habe ihn getroffen. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Vermüsst dich auch. Oh, mein Lieber. Bist du nicht ein Ray of sunshine on a rainy day? Mein only Bruder. Still out there? Thank you. Also, du hast diesen alten Fool-Spirit gegründet. Okay. Das ist ja nett. Zeitfalle. Okay. Ähm. Wo war diese blöde Tür, frage ich mich. Ich weiß noch nicht, wo die war. Hier auf jeden Fall nicht. So viel kann ich schon mal sagen. Ich rede noch was mit dem. Zu den Schwertbrücken noch mal. Ja, los. Gibt ja nur die beiden Dinger. Jetzt müssen wir zu Baroness mal hin. Zu Baroness geht es nach rechts. Da waren wir ja noch nicht, ne? Also, kann sie ja auch und oder runter gehen. Und dann sogar nach rechts. Irgendwo hier unten müssen wir sie finden. Also, hier gibt es einen bestimmten Weg dahin zu ihr. Irgendwas ist ja der nächste Kniff, wo wir hin müssen. Bleib sicher da draußen, Kind. Oh, meine Rose. 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 Suchst du nach Blumen? Ich denke, in der Weise, wie ich bin. Meine Wälder wurde Rose. Rose Flowerfield. Als schnell die Krieg begann, sie durfte, um die Berendung zu kämpfen. Sie hat sie immer immer her. Kein Nassens hergekommen. Ich habe sie verloren. Ich habe sie auf den ersten Tag verloren. Und für was? Es gab keine Glückwunsch. Kein Prozess. Nur diese drei Kolosse, die sich rund umgegangen. Die Entscheidung, wer die regeln. Sie bleiben, sondern sie leben. Wie soll Wälder ich so R buying her? Wie bist du da rein? Wie soll ich da rein denken? Die Schsungel wird meist nicht gehört, andere haben es nicht genug allein. Aber ich möchte jetzt allein sein, mit meinen Erinnern, dass ich nur die meisten Tage habe. Achso, hier, das war der Keller. Okay, im Graf Schmur haben wir schon mal. Das ist schon mal gut. Das war jetzt ja nicht so schwer. Ich dachte, den müsste ich aus irgendeinem Händen reißen. Und wir müssen noch das Gemälde finden. Okay. Wäre auch so einfach gewesen. Klar, komm mal, Gegner. Hat mich schon gefragt, warum wir schon so lange nicht mehr gekämpft haben. Ich muss jetzt gucken, was wir hier haben, um die Platte gemacht haben. Eine Bombe wäre super, die kann man leider nicht werfen. Aber warte mal, kann ich doch werfen. So, pass auf hier. Ihr kommt alle zu mir. Ihr findet doch Bomben super, oder? So, und jetzt? Mir war einiges Schott gegangen. So, wir haben ein paar Wappen, oder? Ja. Ja. aber ich brauche jetzt aber alle platte und neben dennoch mal behalten auch einsetzen sagt das ist gut gut das war auch noch mal was werden doch So. Komm her. Brauchst du dich nicht, Vogel? Ah. So. Das wär's, warte. Okay. Hier ist das Ding geöffnet. Keiner Bogen. Alles. Oh. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn von mir? So. Die Bogen werden auf jeden Fall? Okay. Und wir nehmen diese Waffe auch noch ein bisschen stärker. Dann nehmen wir das Leben hier noch. Oh. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Oh. Ei, ei, ei. Ein bisschen bessere Waffen wir hier haben. Das brauchen wir. Definitiv. Ah, ich habe die Waffen, ich habe die Waffen, okay. Okay. Komm her, komm her! Komm her, Dixing! Wir müssen in diese Richtung gehen hier, ne? Hier ist ein kleiner Mann. Pippünktchen! Ich will für Ruhe und Ehre kämpfen. So ist der Krieg. Es gibt nur einen Weg. Ich werde ihn mit meinem Namen machen. Ganz Dreistadt werde niemals den Namen Pippünktchen vergessen. Genau, Kleiner. Ich werde Pippünktchen wahrscheinlich nie vergessen. Das ist ein guter Anfang. Auf wessen Seite kämpfst du? Jeder sagt, dass nur ein Drilling im Recht ist, aber niemand ist einig, wer es ist. Ich habe mit vielen Leuten in den Schützengräben gesprochen. Willst du das Ergebnis wissen? Ein dreifaches Unentschieden. Ich komme also nicht weiter. Moment mal. Deine Stimme könnte den Ausschlag geben. Also, für wen soll ich kämpfen? Soll ich mich für die eisernen Armee der Burg Aronnes entscheiden? Den wahnsinnig Verkampfgruppen des Grafen? Oder den wohlgenährten Truppen des Herzogs? Bitte hilf mir. Kämpfe nicht für irgendwen. Kämpfe für Pip. Kämpfe für Pip. Kämpfe für Pip. Ich liebe sie ohne sie. Okay. Ich werde erst aufhören, wenn wir wieder zusammen sind. Ich kämpfe für uns. Genau. Das ist eine gute Idee. So. Können wir hier reingehen? Nee. Geld bekommen dafür. Alles in Ordnung? Ich bin nie besser. Ich werde bald sterben. Und ich fühle mich schlecht daran. Aber jetzt fühle ich mich schlecht daran. Das klingt echt düster. Ich kann sie gut sehen, Kat. Ja. Auf der Seite welches Drilling stehst du? Am Ende sind sie doch alle gleich. Okay. Okay. Der hat uns nicht so super geholfen. Aber dann können wir jetzt mal hier hoch. Ich bin auf die Baroness ein bisschen gespannt. Okay. Okay. So. Pass mal auf. Das ist mir doch anzubieten hier. Okay. Das ist natürlich geil. Ein geileres Getränk. Das finde ich auch noch mal mit. Weil das haben wir zwar was von auch noch mal. Wir können jetzt auch mal. So. Jetzt haben wir schon ein bisschen getaubt wieder. Man sieht das mal ein schöner Ort war. Ja. 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 Ich versuche diesen Krieg zu beenden. Ja. Ja. Ich bin glücklich zu hören. Nach so vielen Kriegern. Ich glaube nicht, dass niemand zu erreichen kann. Aber. Ja. Es war zumindest schön zu hören, dass jemand interessiert. Hm. Okay. So. Wir schießen uns mal gegen diese Dinger dagegen. Für irgendwas müssen sie ja Nütze sein. Was ist das denn? Da kommen wir gar nicht hin. Warte mal. Hello. Nö. Hey. Kann ja nicht hier drauf stehen? Okay. du musst ein bisschen zeit ist schaffen märchenbuchseite eine seite ist am alten verboten märchenbuch du findest sie in deinem ordner okay wo willkommen to warrior's training way better than that calm breathing fella let's begin by chugging of white unusual by Jews not ready I now Ich sollte besser gehen. Ich kann noch lauter schreien. Ich sollte besser gehen. Ich habe sogar gefragt, was sie in den Karten getroffen hat. Oh, aber zumindest fühlte sie sich motiviert. Das ist das Wachstum. Das ist das Wachstum. Ich werde nur noch langwierig. Deswegen machen wir beim nächsten Mal hier weiter. Falls es euch gefallen hat, abonniert und haut auf die Glocke, damit ihr mehrere Videos seht. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.